Wie diese Leute im Stream-Handy sein müssen. Oh, ich hab dann als Kind schon gehasst, diese Spiele. Ja, ich fand Geschicklichkeitsspielen auch nicht besser. Die sind einfach nur so zum Kotzen. Nein. Ja, du hast Käse gespawnt. Ach, damit geht die Klappe hier auf. Da kann man nicht reinspringen, oder? Weiß es nicht. Nee, da ist eine unsusprache Wand. Ach, du heiliger. Ah, ah, okay. Ach so. Wenn dieser Käseball da drauf liegt, dann rennt die Maus wahrscheinlich richtig los, oder so. Hast du was ich meinen? Ja. Ach du. Ach Gott, hier anfangen. Ja, dann müssen wir vorsichtig sein. Ja, vorsichtig, schmorsichtig. Wie so'n rohes Ei. Das rollt das Ding nicht irgendwie ganz komisch dadurch, dass da Löcher drin sind? Das wär ja auch ein bisschen sehr hardcore, oder? Vor allem, wie soll das denn da reingehen, wenn das Ding jetzt schon so zu ist? Ja, das ist ja ungefährlich. Wir können ja einmal... Können wir nicht. Was ist das hier? Unter mir? Siehst du das? Siehst du auch, ja. Oh. Ich hab gepennt. Vielleicht ist es auch was über uns. Ach, das war jetzt aber... ...harsch. Ich glaube, das ist irgendwas, was über uns ist. Und dass ich... Ja, das ist Staub. Du bist Staub. Du bist Staub. Heeh. Ah. Okay. Oh. Oh. wieso jetzt ja die meister friendly Nee, du musst auf die 2 werden. Ja. Ach Lena! Nee, einer auf die 1, einer auf die 2. Aha! Die Plattform fährt sofort weg. Das ist ein bisschen fies. Nee, wir müssen tatsächlich beide auf die 1. Wir müssen nur schnell genug sein. Okay. Ist das Ganze auch noch auf Zeit, oder was? Oh, ich hasse es. Okay, das lief besser als erwartet für mich. Ja. Okay. Ich halte meins mal fest, damit du Zeit hast zu gucken, was dir gemacht werden muss. I don't get it. Doch. Ja, dass du nicht erst das Grüne machen willst. Von mir aus? Wenn's denn sein muss, Lena. Wenn's denn sein muss. Hey? Kannst du auch noch über das Grüne? Lass mal los, du unten. Nee, hä? Ja, gut. Ich versuch dann halt das Ganze jetzt auf Zeit, ne? Aber wofür kann ich denn dann den hier halten? Das verstehe ich. Eigentlich müssen die gleichzeitig gemacht werden. Oh, ich hatte gerade kurz Schiss, Lena. Oh, okay. Achso. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie das hätte dann... funktionieren sollen, aber gut. Ach da. Ups. Kuhl mal Finger. Ah. Guck mal, da oben ist jetzt ein... Da kannst aber, glaube ich, du nur hin, oder? Ich hoffe, das ist nicht so weit. Ich weiß nicht, ob du von da vorne da rankommst, vom Rand. Nee. Du musst, glaube ich, auf das hier drauf, damit ich dich damit rüberschießen kann oder so. Auf. Aber jetzt dreht sich das auch. Ach so. Ja, deswegen... Smarty. Ah ja, und das kann ich jetzt auch nochmal machen für dich. Schön, wenn du mal mit Einkaufsliste... Auf welches? Du musst zuerst auf das Grüne. Ich sag, äh... Smarty und du sagst, ah ja, ja gut. Aha. Ja, okay. Dann drück... Ich hab eventuell statt F E gedrückt. Hab ich vorhin auch das erste Mal. Okay. Ja, ich... Was ist doch los, Junge? Ja, da. Ja, das ist jetzt... Ich glaube, das wird nicht so... Das ist wieder bei dir da drüben. Hä? Du musst ja länger auf dem... Kann sein, dass du nicht lange genug am Finger hängst. Ja. Okay. So. Kann mir keiner erzählen, dass unsere Tochter so ein großes Zimmer hat. Wie bezahlt er denn alles, ey? Die Heizkosten allein schon. Dieser Verbrauch an Bellen. Ja, das auch. Ähm... Wurde kann ich sagen, es gibt bestimmt hier irgendwas hier mit, oder? Huiiii. Äh... Erdash. Ne, Erdash ist jetzt weiterhin aktiv. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das sind nur noch gelbe Kugeln. Du bist gut im Beobachten. Ich freu mich, Lena. Wow. Okay. Hey, Cody! Grab the other one! Oh, mein Gott. Ah, the simpler days. It's nice to have limitations. Yeah, but what about Creativity being stifled and all that, huh? Was waren wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay. Wollte ursprünglich mein Herz malen. Ich hab's dir fast schon gedacht. Ist jetzt Sex oder so? Keine Ahnung. Ich, 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 ich liebe es. Wir haben nur mein nächstes Tattoo. Ah. Das löscht genauso gut wie die alten Dinger. Nämlich gar nicht. Ähm. Ja? Du siehst, wo wir dran springen werden, als nächstes. Sieh mir doch gerade mal kurz das Tapo raus. Oh no! Geht das? Nee. Das Ding ist gerade so gut für meine Seele, das freut mich. Mich auch. Lisa, Lena, Lotta. Shift. Danke für deine Support. Wie geht's dir? Ja. Oh. Oh. Hops. Hä? Okay. Geil. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Oh. Oh. Räumliches Denken ist davon Vorteil, ne? Ja. Nö. Oh. Oh. Jetzt hab ich ihn zurückgeschlagen. Wow. Oh. Alter. Okay, aber doch ne Runde. Fuck. You did. This time. This time, sagst du schon. Ja. Ich find mir nicht so sicher. Ich weiß ja auch nicht. Ich auch nicht. Hehehe. Hehehe. Nothing to it. Nein. Fuck. Hops. F***. Ups. F***. 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 Okay, das war aber knapp herr, aber ja, du hast gewonnen. Immerhin hab ich diesmal... Sie fragt auch schon, gewinnst du alle Minispiele? Nicht alle! Aber so gut wie. Ja. Die hab ich ja nicht gesehen. Oh, Cody! War das wirklich notwendig? Das Spiel hängt, aber es hat sich gelohnt. Volk, mein Spiel jetzt! Oh, Mann, ey! Ich glaube, dann werde ich gleich rausgeworfen. Ja, komm, wir werden das schon mal... Alter, sieht das gut aus? Als ob du dich aufgespießt hättest zu einem Teil von dem Sparschwein. Äh... Dieses Spiel ist ganz schön anfällig dafür. Holy shit! Ja, leider. Ah, jetzt ist alles aus hier? Hallo? Zum Aufkommen. Okay. Bis du wieder da bist, haben wir das Spiel wieder am Laufen. Ich hoffe. Weißt du, so gerne ist Internet, die ich auch habe, ne? Dass man auch die Möglichkeit hat, mit Leuten Kontakt zu haben, die nicht unbedingt gerade Deutsch sprechen. Aber dieses Umdenken manchmal ist... zum Kotzen. Kannst du das? Ja, wobei ich eigentlich recht gut Englisch schreiben kann und unterhalten. Wir reden über mich. Ne? Musch nix zu sagen, oder? Online spielen. Also Geld gleich böse. Klar ist Geld böse, Katze. Ja. Dadurch, dass ich ein paar Stunden am Tag auch Englisch lese, denke ich dabei eigentlich nicht mehr um. Gut, die einzige englische Interaktion, die ich habe, ist Musik hören. Und... Ich gucke mittlerweile die neueste, die sind halt nämlich Staffel auf Englisch. Weil ich es nicht mehr abwarten kann, bis sie endlich im Deutschen da ist. Das nervt mich so. So. Aber nicht nochmal. Ne, also ich mache jetzt nicht nochmal kaputt auf jeden Fall. Den Erfolg dafür habe ich bekommen. Das reicht mir. Okay. Das will gefüttert werden. Ich sitze da wie so ein zu groß gewordenes Baby. Ich habe übrigens, ne, wir haben heute den 21. November. Ich habe jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk bekommen von Patienten. Das ist ja süß. Jetzt schon. Okay, das bringt gar nichts. Oh, Lena. Fidget Spinner. Fidget Spinner. Eben. Habe ich schon mal gesagt, ich hasse die Dinger? Ich auch. Das ist aber lustig. Ah, okay, da unten ist man. Ich bin hier am gelben. Mach die mal aus eventuell. Ah, es ist verschieden Rohren und die auszumachen. Okay. Die Frage ist nur, wo ist denn das blaue Ding? Ach, da ist das blaue. Dann gehe ich mal wieder zum roten noch, ja? Jo. Deine Fidget Spinner sind nur noch Katzen und ein Spielzeug, Katze. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte nie einen. Wir haben diesen Hype nicht verstanden. Ich meine, wir besitzen einen, weil Leon mal so ein Ding hatte. Ich verkneife wirklich einen Kommentar dazu. Oh, ich bin ganz elegant über den Wald drüber geglitten. So, jetzt wüsste ich ein bisschen Hubschrauber hier rum zu. Leute, es ist einfach nur Sightseeing hier, oder ist das für ein Level? Ich träume heute Nacht von dem Geräusch. Oh, Lena. Lena, das ist mein Traumlevel. Ich wollte doch schon immer mal... Lassen wir das. Schade, Izzy, dass du genau jetzt aufgehörst. Das wäre genau dein Level gewesen. Oh, das war knapp. Huh. Ich hatte zwei, glaub einer ist mir da unter dem Schrank verschwunden. Ja, das ist doch... Das ist doch immer so. Man, nein, nein, nein. Das kann ich auch. Wie ich meinen Arsch noch nicht hoch... Weißt du, wie ich meinen Arsch noch nicht hochbekommen habe und dir bei deinen Flugkünsten zugesehen habe, Cutie? Da waren zu wenig Fails dabei. Find ich gar nicht. Ich bin gut angestellt. Ja, jetzt. Da ist es wieder. Das Leben ist wie alles. Oh, hier wir gehen. Das Leben ist jetzt hier. Ich geh gar nicht mehr aufgehört. Du möchtest uns abgehört. Aber es gibt noch mehr Dinge, die uns zu lernen und neue Herausforderungen zu überwinden. Und weiter. Wir müssen weiter gehen. Wir haben eine Beziehung zu sein. Ach, das klingt blöd, ist cool. Bis später, Katja. Denk an die Morgen, als später. ich finde gut wie unser echo uns auslacht ich glaube wir müssen mein lebensmotto alter mir wird schlechter weil so ein bisschen ja alter das ist das muss aufhören könntest du durch dieses ich war jetzt einfach hab die augen zu sondern wenn du da bist ich bin da danke das ist ja richtig widerlich ja und jetzt ich versuche mal was du mal grad stehen so nicht so auch nicht diese shiny plattform irgendwas ich auch schon gedacht aber irgendwie aber können wir die verbinden ja stell du dich mal auf fall fett näher kommen wir die seiten teile wären jetzt auch gekommen das hätte man geschafft ja glaube ich auch jetzt fühle ich mich gleich wieder wie damals als wir noch lsd genommen haben oh god was 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 Fuck, Alter. Oh! Oh, no! Oh Gott, was... Keep it together, Kody, genau! Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww? Du musst ja irgendwann Stopp sagen, ne? Ja, ein bisschen zurück, danke. Warte, ich kann dir... Ja, ich kann nicht. Also ich musste loslassen, um loslassen zu können. Ja, ein bisschen noch. Stopp. Okay, wie gebe ich dir jetzt gelb, ist die Frage. Ah, ich sehe, glaube ich, was. Warte mal. Ah. Da komme ich nicht weiter. Äh, muss man gar nicht auf die andere... Ne, das geht nicht. Ah, ja, klar, klar. Da musst du das, glaube ich, zu blau schieben. Ja. Hi, Ropsi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Moin. Hallöchen. Ja, und jetzt? Das kann ich loslassen, um mich. Wieso läuft das so schief, Lena? Warum nicht? Das ist ein Bonbon. Müssen wir das gerade tun? Glaube ja. Komm, wir werden vollziehen wir gleich digitieren. Also jetzt mal Legend. Fühl ich mit dem Übergeben. Das fühle ich sehr stark. Oh, okay. Du kannst dich übergeben. Erstmal dran riechen. Oh, haben wir so'n RPG-Part? Das wär' mega. Überhaupt hast du schon, auf was für'n Trip seid ihr denn gerade unterwegs? Wir waren gerade unterwegs in einem Kaleidoskop. Wo willst du hin? Ich weiß nicht. Aber ich hab' hier... Man kann die alle mitnehmen, die Dolls, ne? Ah! Oh! Das wird später ein Puppen-Rätsel anscheinend. Was haben wir denn hier? Da oben sind mal Droschkas. Ich will's dir mal Droschkas. Nein, Cody. Ach, du bist doch ein... Ich hab' das Gefühl, ich komm' so nicht zu immer, Droschkas. Kann halt sein. Ah, doch. Ja. Lena? Äh? Okay, ich dachte, du musst dich retten. Alles gut. Cool. Aber was bringt mir das? Außer, dass ich jetzt komische Geräusche mache. Ha! Wee! Wee! Das mal hier, das Ding hier machen. Mal gucken, ob wir hier überhaupt so weiterkommen, wie wir es uns vorstellen oder nicht. Schau aber. Ist der verliebt in dich? Oder vielleicht ist das eine Anzeige, dass er tatsächlich in der richtigen Rolle ist? Ich hab' keine Ahnung. Kann es sein, dass wir die auch richtig zuordnen müssen? Lass' es erst mal ausprobieren. Bisschen try and error mäßig. Okay. Okay. Das wär' jetzt auch zu einfach hier gewesen, gell? In Bauarbeit. Wo kommt der hin? An die Schienen? Hey, der da, der war ja glücklich. Ja, sie aber auch. Aber ich glaub' nicht, dass sie hier hingehört. Warte mal. Geh' mal weg hier. Ablegen, sagte ich. Komm du mal her. Ja. Den kann ich hier nicht hinstellen. Hä? Okay. Ach, das sind Liebhaber, die beiden. Ja, aber hier muss irgendwer rein, der das Ganze antreibt, damit das hier aufgeht. Hier ist noch so'n Platz drinnen. Hier kann auch eine Figur rein, wenn hier offen wär. Oh, warte mal. Moment. Tschüss. Der Bauarbeiter hat das auf? Ne, 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 mach doch mal weg, gerade mal. Er kann hier auch nicht hin. Warum genau kann er da jetzt nicht hin? Sie kann da hin, aber er kann da nicht hin. Er kann er, er kann da hin. Ich bin mir relativ sicher, dass die sich irgendwie küssen müssen. Ja, deswegen meine ich ja hier in der... Ach, das ist zum Springen. Das ist zum Springen. Deswegen, er würde ich ja... Ha, ha, ha! Drehen. Hast du gesehen, Schatz? Bei denen funkt's noch, bei uns nicht mehr. Donnissimo. Der Punkt ist toll.